Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer, zu einem neuen Video. Im heutigen Video sprechen wir über das Thema, die Türkei kauft stark Gold und Silber ein und wie sich das auf den Markt auswirkt, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, meine lieben Zuschauer, an dieser Stelle möchte ich erst einmal noch mich bedanken. Wir haben es endlich geschafft, die 1000 Abonnenten haben wir geknackt. Ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut und sage jedem Abonnenten vielen herzlichen Dank und hoffe natürlich auf weitere viele Abonnenten, die dem Kanal folgen und denen ich weiterhelfen kann in Bezug auf Gold und Silber und macht weiter so. Ihr seid wirklich super Zuschauer und ich freue mich darüber sehr. Sprechen wir also über das heutige Thema. Ich habe euch hier zum Vergleich jeweils einen Krügerrand mitgebracht, einmal in Gold und einmal in Silber. Was hat es denn damit auf sich? Die Türkei kauft stark Gold und Silber ein. Das Ganze war im Jahr 2022 insgesamt Gold 264 Tonnen und im Silberbereich 833 Tonnen. Im Vergleich zu 2021 war das ein Anstieg von satten 473 Prozent. Was hat es also auf sich damit, dass jetzt so stark in diese beiden Edelmetalle investiert wird und die Türkei in diese Edelmetalle anlegt? Das Problem in der Türkei ist natürlich genauso wie in vielen anderen Ländern die angespannte Lage. Es ist aber trotzdem so, die Inflationsrate steigt nicht nur bei uns hier in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern und in der Türkei ist es ein starker Anstieg. Wir sind jetzt hier bei fast 80 Prozent teilweise 2022 angelangt. Es ist zur Zeit wieder runtergegangen zwischen 60 und 65 Prozent, aber man merkt hier, dass es einfach schon fortgeschrittener ist als bei uns. Auch die türkische Lira nimmt im Gegensatz zum US-Dollar stark ab, was natürlich auch ein Rekordtief Ende 2022 hervorruft. Sie wollen mit dem Gold- und Silberkauf sich für eine Krise schützen und auch eine Stabilität in ihrem Land aufbauen. Wenn wir sehen, der aktuelle Goldpreis liegt bei 1.770 Euro ungefähr für die Unze und für die Unze Silber haben wir circa 22 Euro. In diesem Bereich ist es dann natürlich auch so, dass wir merken, dass besonders Gold stark am steigen ist zur Zeit. Silber, wisst ihr selbst, rutscht immer etwas nach und hinterher zu dem Thema Gold. Wie kann ich mich nun perfekt da davor schützen und sagen, wie mache ich das jetzt? Der Goldpreis steigt stark. Ist es überhaupt sinnvoll, jetzt noch in Gold zu investieren und anzulegen? Meine Antwort ist immer ja. Es ist immer sinnvoll, in diese Edelmetalle anzulegen. Aber sei euch an dieser Stelle gesagt, schaut, dass ihr keine großen Aufpreise zahlt. Beim Krügerrand ist es zur Zeit so, den bekommt man im Goldbereich die Unze nicht unter 1.800 Euro und meistens dann nur, wenn es ein Schnäppchen ist, sage ich mal. Deswegen, sage ich da gesagt, gute Anlagen in Anlagemünzen, denn die anderen mit Sammleraufschlägen schon da zahlt ihr noch wesentlich mehr, was einfach dann viel zu viel ist. Auch im Silberbereich hier der Krügerrand eine sehr gute Anlagemünze. Ich würde euch hier natürlich auch, wie schon so oft, den Maple Leaf empfehlen. Hier habt ihr die, die was sagen, ich will nicht, dass diese Milchfleckenbildung entsteht bei Münzen. Habt ihr mit dem Maple Leaf eine super Wahl getroffen. Wer sagt, er möchte jetzt noch stark in Silber investieren und da einfach noch mitziehen, bevor der Silberpreis stark steigt. Den würde ich natürlich auch zu größerem raten. Ihr wisst selbst, Silberbarren habe ich bisher noch nicht investiert aufgrund der Steuerthematik, sondern habe immer in Kilomünzen investiert, denn die waren differenzbesteuert. Das ist jetzt auch 2023 fällt das Ganze weg. Aber dennoch habt ihr hier auch immer ein sehr schönes Motiv. Habt genauso ein ganzes Kilo Silber mit einem 999er Feingehalt. Ich würde euch deshalb jetzt aktuell eher dazu raten, eher weniger in Gold zu setzen, sondern eher im Silberbereich. Denn Silber ist noch nicht nachgezogen. Und wenn natürlich so große Einkäufe auf dem Markt herrschen, dann ist es immer so, dass sich der Marktpreis natürlich verändert. Es ist immer ein Angebot- und Nachfragesystem. Das heißt, wenn natürlich mehr Gold gekauft wird, ist natürlich weniger Gold da. Die Nachfrage ist höher und das treibt auch den Preis nach oben. Wenn natürlich mehr Gold gefördert wird, dann ist natürlich mehr Gold da und somit kann der Preis auch niedriger werden. Ihr wisst aber selbst, dass es immer schwieriger ist, Gold und Silber zu fördern. Die Minen werden immer tiefer und erreichen bald schon ihre Grenzen, auch das Vorkommen. Und man kann das nicht einfach so groß vermehren. Deshalb, an dieser Stelle sei euch gesagt, ist es besser, in Silbermünzen auch zu investieren noch, wenn ihr sie noch differenzbesteuert bekommt. Ansonsten würde ich persönlich auch jetzt schon auf Barren setzen. Ich kann sie einfach besser stapeln. Vergleich da aber bitte auch die Aufpreise. Manchmal ist es so, dass ein Kilo Barren günstiger ist, wenn ich fünf Stück davon kaufe, als wie ein Fünf-Kilo-Silberbarren. Da schaut bitte einfach im Vergleich, was das Beste für euch ist. Ich empfehle da immer die Internetseite gold.de. Da hole ich die meisten meiner Informationen auch raus, weil die immer sehr aktuell ist und auch die meisten zertifizierten Münzhändler da auch drinnen sind und einfach da auch sehr gute Preise im Vergleich dann da sind. Wenn ihr im Goldbereich anlegen wollt, würde ich euch zu diesen Münzen raten. Erst einmal hier noch ein Goldbarren. Goldbarren gehen immer, ist auch immer eine gute Investition, besonders jetzt. Wenn man sagt, man möchte viel Gold für wenig Geld, sind Goldbarren immer die ideale Lösung. Ansonsten würde ich immer auf aktuelle Münzen setzen, wie hier den kompletten Coin von der Queen's Bees Serie. Einfach als Beispiel dafür, dass aktuellere Münzen und die aktuellen Jahrgänge wesentlich günstiger sind als die älteren Jahrgänge, weil ihr da einfach dann schon hohe Aufpreise oder Sammleraufschläge bezahlen müsst. Zusätzlich, wenn ihr Kurantmünzen seht, zu diesen würde ich zurzeit sehr raten. In diesem Fall habe ich jetzt auch vieles verglichen und am besten sticht der Sovereign heraus. Nicht unbedingt die aktuellen Jahrgänge, sondern ich würde wirklich auf die historischeren Münzen setzen. Es gibt natürlich auch diese Diskussion dann, oder die ein oder anderen fragen sich, warum denn nicht das Frenili oder die Kaiserreichsmünzen. Aber es gibt natürlich auch andere, auch aus Frankreich Münzen. Da ist es einfach so, dass die Sovereign von dem Spread her, das heißt von dem Aufpreis zum Goldpreis, am besten abschneiden zurzeit, als wie die Kaiserreichsmünzen. Bei den Kaiserreichsmünzen kann man natürlich auch Schnäppchen einfahren, besonders wenn man Wilhelm II. nimmt. Da kann man noch gute Schnäppchen machen. Ansonsten ist es so, dass die alle schon teilweise einen sehr hohen Sammleraufschlag haben. Daher würde ich von denen zurzeit eher abraten. Genauso auch das Frenili. Das Frenili ist zurzeit sehr im Hype. Und da würde ich auch sagen, eher nicht. Denn mit den Sovereigns habt ihr auch sehr schöne Münzen mit verschiedenen Motiven, wenn ihr wollt. Und dann habt ihr hier auch eine gute und schöne Anlage gemacht. Zum Abschluss möchte ich nochmal zusammenfassen. Die Türkei kauft zurzeit sehr, sehr viel Gold und Silber ein. Das zeigt sich natürlich auch am Markt. Der Goldpreis steigt. Silber wird nachziehen. Und deshalb ist es wichtig, jetzt noch zu schauen, ist es sinnvoll, noch in Gold zu investieren. Wie man am besten in Gold investiert, seht ihr in den anderen Videos von mir. Und am meisten würde ich euch zurzeit Silber empfehlen und zu Silber raten. Eher zu größeren Anlagen als wie zu kleineren. Natürlich könnt ihr auch viele einzelne Unzen kaufen. Aber ich würde euch wirklich in den Kilo-Bereich folgen. Und für diejenigen, die sagen, das ist mir zu viel, ein ganzes Kilo. Dann natürlich auf die kleineren, wie hier die Ein-Unzen-Größen. Die sind immer perfekt, besonders für die, die sagen, ich habe einfach weniger Geld im Monat zur Verfügung. Dann kann ich auch regelmäßiger in die kleineren Münzen, wie hier, die eine Unze setzen. Genauso ist es auch im Goldbereich. Wenn ihr sagt, eine ganze Unze kann ich mir so nicht leisten, dann sind natürlich die kleineren Münzen ideal da dafür. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Ich beantworte euch die sehr gerne. Und falls ihr noch kein Abonnent seid, dann lasst mir gerne ein kostenloses Abo da, damit ihr einfach keines der Videos mehr verpassen könnt und keine Infos mehr verpasst. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video.